Hallo liebe Studentin, hallo lieber Student. Ich habe ein paar Tage Winterurlaub hinter mir. Ich verbrachte meinen Winterurlaub in den Bergen, in einem Mittelgebirge. Wir hatten sehr gute Schneeverhältnisse. So nun zu Ihrer Aufgabe im Kurs A2 bis B2. Bitte beschreiben Sie dieses Bild, diese Collage. Und verbinden Sie diese Collage mit Ihrem Winterurlaub. Also nehmen Sie die Teile des Bildes als Anregung, um Ihren Winterurlaub zu beschreiben. Und bitte beachten Sie, wenn wir erzählen, zusammenhängend berichten oder auch wenn wir schreiben über einen Sachverhalt, der bereits passiert ist, der vollendet ist, dann verwenden wir im Deutschen das Präteritum, nicht das Perfekt. Also bitte schreiben Sie Ihre Geschichte oder Ihren Bericht, Ihre Erzählung im Präteritum. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Und passen Sie beim Skifahren auf sich auf. Es ist inzwischen gefährlich. Die Pisten sind voll, sogar überfüllt. Tschüss.